Hallo meine Lieben, wir ziehen heute wieder eine Karte aus dem Lightseer's Tarot für den 13.09.2021. Und da ist sie schon. Wir haben Ace of Swords, das ist das Ass der Schwerter. Die Schwertenergie, das ist die Luft, die steht für Zwillinge, Waage und den Wassermann. Und hier haben wir erstens einmal einen Neuanfang, weil das ein Ass ist. Und zweitens haben wir hier einen Geistesblitz, einen Aha-Moment. Eine ganz tolle Idee kommt einigen von euch oder aber es kommt einigen von euch ein Geistesblitz, der euch sagt, warum gewisse Dinge in der Vergangenheit so gelaufen sind, wie sie eben gelaufen sind. Vielleicht habt ihr euch bisher gefragt, ich weiß nicht, wieso das alles so gewesen ist. Und heute kann es passieren, dass auf einmal die großartige Idee kommt, warum das eigentlich so war. Und dieser Moment ist für euch sehr erleichternd. Andere von euch suchen nach Ideen im kreativen Bereich und ihr habt hier wirklich die Anbindung an das Höhere. Und ihr seht ja, die hat die Augen geschlossen. Das heißt, ihr könnt ruhig auf eure Intuition vertrauen, auch wenn das eine Karte des Geistes und des Denkens ist. Es ist auch eine Karte der Kommunikation. Schwerter haben immer viel damit zu tun, dass man kommunizieren kann. Das heißt, ihr könnt eure Ideen auch ruhig verbalisieren. Die anderen Leute werden es verstehen. Ja, das ist die Tageskarte für heute. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da und ein Abo auf meinem Kanal. Freue ich mich natürlich auch sehr. Und wir sehen uns morgen. Tschüss.